Hallo und herzlich willkommen zu Clown House. Das ist ein Horrorspiel. Horrorspiel, ja gut. Als würde ich das nicht, als würde ich das sapen, nein. Ein weiteres Horrorspiel, ja. Diesmal Clown House. Und ja, hier geht es drum, wir sind an einem Fohnum voller Clowns. Davon gibt es freundlich und, also für uns freundlich Gesinnte und auch feindlich Gesinnte. Daher wird das sehr interessant, schätze ich. Und dann würde ich sagen, betreten wir gleich mal die Welt. Du bist gefangen in einem dunklen Haus mit komischen Clowns und ihrer eigenen Gedankenwelt. Aus unverständlichen Gründen. Gut. Du musst den Schlüssel finden, um aus dem Haus zu fliehen. Er ist versteckt in einem random, also ist irgendwo im Haus versteckt. Das heißt, irgendwo im Haus, naja, ich weiß nicht wie groß das Haus ist, wie viele Monster es gibt, oder? Also Clowns, aber anscheinend sehr viele. Und noch interessanter ist dahinter. Egal ob wir neu standen, es ist immer woanders der Schlüssel. Das heißt, wir müssen nach den Schlüssel suchen, alle möglichen Sachen öffnen, Türen, Schränke, alles durchsuchen, um diesen Schlüssel zu finden. Mit der Hoffnung, vielleicht überleben zu können und rauszukommen. Ein paar dieser Clowns sind bösartig und wollen uns töten und... Manche nicht. Und nicht nur das. Du weißt nicht welche. Du hast eine Pistole in deiner Hand. Um dich selbst zu verteidigen. Nutze sie, um dich selbst zu verteidigen. So. Echter Mausklick. Okay. Wenn du ein... Oh. Wenn du einen nicht bösen Clown tötest, verlierst du das Spiel. Äh. Das wirkt ja schon ein bisschen interessanter. Also wenn wir jetzt einen Clown töten, der friedfertig ist, also der nicht böse ist, verlieren wir das Spiel. Das heißt, wir dürfen nur böse Clowns töten. Na, super. Haben wir auch Patronen und... Na, super. Don't disturb our loneliness. Schöre nicht unsere Einsamkeit. Okay. Was ist das denn für eine Tür? Hm. Er hat eine Waffe in der Hand. Ah, ist noch mal ein Clown. War es ein Mörder? Haben wir verloren? Aha. Wir haben noch nicht verloren. War ein... War ein Böser. Gut. Dann durchsuchen wir mal. Hier muss der Schlüssel sein. Ein Messer gehabt. Der Clown. Mhm. Gut. Das ging schneller als gedacht. Können wir irgendwie ihn öffnen? Ich weiß nicht, was ich klicken muss, um was zu nehmen. Oder gar... anderes. Der hat auch wieder ein Messer dabei. Da war ein Messer dabei, aber noch greift er nicht an. Also noch gibt's keinen Grund, ihn umzulegen. Noch ist er friedlich. Ich weiß bloß nicht, wie nah ich ihn treten kann. Hm. Hallo? Hm. Anscheinend friedlich. Gut. Dann hätte sich das auch kröge. Ich hab ihm den Rücken zugedreht danach, weil er mich umbringt. Mhm. Das heißt, wenn man ihm den Rücken zudreht, könnten sie aufstehen und einen töten wollen. Shit. Aha. Er verfolgt mich. Dann ist es... Okay. Warum haben sie eigentlich alle ein Messer dabei? Er bewegt sich nicht, wenn man ihn anschaut. Aha. Frage ist jetzt, ist er böse. Da liegt ein Schlüssel. Komm schon. Du was. Hä? Was ist jetzt passiert? Das Problem ist, wie wissen wir, ob er böse ist oder nicht. Ah, verdammte Scheiße. Aber das ist ein Knappf. Aha. Wie nehme ich was auf? Verlichten Schlüssel. Das ist der Schlüssel zum Ausgang. Wäre nämlich schön. Was? Don't discover. Ähm. Habe ich was verpasst? Wir haben es doch geschafft. Oder? Äh. Wir sind noch nicht frei. Oder? Wie genauso. Ich werde. Ähm. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, was wir tun müssen, um rauszukommen. Oder wie oft. Aha. So, ich möchte mal gerne sehen, was passiert, wenn der jetzt böse ist und uns umlegt. Komm her. Mach Fistfight hier. Komm her. Oh. Ah. Ich verstehe. Ich habe mir irgendwie mehr darunter vorgestellt. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Werden da. Ähm. Was zu trinken? Bei Brauch. Äh, nee. Lasst eine Bewerbung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Beinahe weiter im Folge dann. Ciao. Jetzt... ... ... Vielen Dank.